Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen let's play von world of tanks mit dem Livio. Hallo. Ja wir fahren heute wie ihr seht die is3 bin ich und er den t34 probieren wir jetzt mal aus und gehen wir mal ins gefecht. Genau. Neuner, Achter und Siebner und Sechser. Gut durchgemischt. Alter vier stufen in einem gefecht. Ja jetzt fehlt nur noch einer Panzer das wollten wir mal machen. Du Zehnerpanzer ich Einerpanzer. Ja das wollten wir mal machen. Warte auf Spieler. Ja. Ne du noch nicht. Du bist noch nicht im Game. Du bist erst. Ne ich bin noch nicht im Game. Du bist erst. Alter wie lange dauert das? 18 Sekunden noch 17, 16. Mein Vater ist was am downloaden. Das kann noch lange dauern. Jetzt bist du drin. Ja. Ja das sieht man dort. Wenn du noch dunkel bist nicht. Gehen wir mal hier hin. Und dann schauen wir mal wie sich das entwickelt. Können wir machen. Ja meine FRAPS FPS sieht ihr immer. Natürlich immer denken. 4K 4K 4K. Wie viele FPS hast du? Na ja so um die 40 rum. Oh ich hab nur 30 jetzt. 33. Was? Ja. 31. Ich hab immer so um die 40. Normalerweise. Oh shit. Normalerweise wenn ich zocke habe ich. Manchmal habe ich bis zu 600 FPS. Manchmal. Und sonst spiele ich immer so mit 60, 70, 80, 100, 120, 140. So. Ja. Auch Full HD. Ja. Ja. 4K. Du musst immer dran denken. 4x mehr Leistung. 4x. Hast du auch. Gestern habe ich mir so einen gekauft. 4K Monitor. Ne nicht nur einen. Ich hab 10. Ne. So jetzt kommt deine Stärke. World of Tanks. Nicht so. Das ist nicht deine Stärke. Dafür hast du einen Warface oder so. Keine Chance. Bleib du da stehen. Bleib du da hinten stehen. Geh wieder hinter den Hügel. Ich komm von hinten. Und drängst du ihn nach vorne und du kannst ihn darauf schießen. Geh du meinst. Oh. Das läuft da nach. Oh. Der ging daneben. Ah. Und der FCM. Ei je je. Hilf mir mal kurz. Komm mal her. Jetzt plötzlich ne. Ja jetzt schon. Jetzt hat sich das anders entwickelt. Ei je. Ich geb schon Vollgas. Oh shit. Der Panzer ist nicht der schnellste. Oh shit. Der Panzer ist nicht der schnellste. Da gibt noch mehr Vollgas. Drück weh durch. Du bist schon fast auf dem Boden von der Tastatur. Schon wieder. Ei jei. Komm mal. Komm mal. Komm mal. Komm mal. Komm mal. Steh rechts. Ah. Steh rechts von mir hin. Oh verdammter Scheiß. Drecks FCM. Alter. Oh boah. Komm mal hier rechts von mir hin. Wieso. Dann bin ich ja dein Schutzschild. Eben. Du hast mehr Penetrationszeugs da. So. Mehr nach vorne. Mehr nach vorne 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 vorne. Mehr nach vorne. Noch mehr. Noch mehr. Stopp. So. Das ist perfekt. Group of Sternchen 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 Players. Äh. Wie mach mal Chat? Äh. Enter. Ah. So. Jetzt fahren wir zum. Fahren wir zum. Fahren wir zum FCM vor. Äh. Vorne. Nach vorne. Ey. Keine Fluchwörter. Elf plus 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 you. Keine. Vollt. Keine Sternchen nehmen. Ehm. Oh. Scheiße. Wetter mit da. Scheiß. Dreck. Komm. Scheiß. Ich vollgas. Scheiß mal. Ich bin gleich im Arsch. Der ist zu schnell. Ich oder du? Oder er? Was? Ich du oder er? Ja. Äh. Jawohl. T54. Ja. Ich werde gleich im Arsch sein. Weil du hast full life. Ja. Ich kann so noch 1, 2 einstecken. Warte mal. Hau ab. Ich bin tot. Bye bye. Nein. Ich habe keine Kette mehr. Wir sind am Arsch. Ja. Du. Uiuiuiui. Du bist noch viel am Arsch wie ich? Nein. Ich konnte noch 1 abtrecken. Scheiß 1390. Du bist auch am Arsch, ne? Oh komm schon. Ja. Wir sind alle tot. Wir waren die letzten Überlebenden. Hey Forest. 57 ist hochgeladen. Oh. Abteilungseinladung. Und was? Von... 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 Was? Warten wir kurz. Antworten sie in den nächsten 30 Sekunden und sie bekommen von diesem schönen To... Was? Sie bekommen diesen schönen Toaster für eine kleine Bearbeitungsgebühr von nur 59,99 Euro gratis dazu. Hahahaha. Lol. Alter. What the fuck? Ich muss mal 4er Panzer nehmen. Nimm du bis es endlich ist. Ja, dann nehme ich 3er. Ich nehme 3er. Wo ist er? Ich habe auch 3er. Nehm aber 4er. Alter. Hahahaha. Wie lange nehmen wir schon auf? Äh... 6 Minuten. 6? Ja. Das geht ja noch. Ah stimmt ja. Genau um 20 Uhr haben wir angefangen. Toll. Mein Rücken. Warte auf Spieler. 29, 28, 27, 26. Normalerweise bin ich auch immer sofort drin. Ja, jetzt geht es sogar ein paar Sekündchen schneller. Ja, jetzt wir schauen mal drin. Naja, ich sag ja. Wenn ein paar Leute im Internet sind, ist der Ping im Eimer, ne? Kantenglättung FXAA. HC. Kein MSAA. Nee. T-S-S-A-A-H-Q habe ich mal gehabt. Ah, das ist das herzeste und hardcore mässig. Ja. Da hatte ich zwar genau gleich viel FPS, aber beim Filmen hatte ich weniger. Ich hab das jetzt mal rein. Ich hatte auch 100 FPS mit dem. Aber dann, wenn ich gefilmt habe, hatte ich plötzlich 60. Äh, 60. Wie heißt das? 20, 30 so gehabt. Jetzt habe ich nur noch 37, 35, 37 so. Okay. Es braucht schon ein bisschen, aber ob das jetzt so viel geiler aussieht. Ja doch, die Steine sind schon geiler geglättet. Doch, doch. Ja, das stimmt echt. Oh, A-20. Ja gut, jetzt habe ich auch wieder über 40. Wiii. Und natürlich alles, wirklich Ultra, 4K. Du musst nicht mehr hinterherfahren, du musst irgendwo einfach Damage machen. Du fährst immer mehr hinterher, auch wenn ich Artillerie bin. Du bleibst einfach stehen. Oder einfach nur überleben. Oh, Gott, oi. Eieieiei. Oh, Turm weg. Oh, scheiß D34. Oh, ja, schauen wir mal hierzu. Okay, wer ist das? Oh mein Gott, ein Happy One-Shot. Okay. Ja. 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 Oh, lol. Einladung zu, boah, komm schon, ich habe keinen Bock jetzt auf Team. Oder, keine Ahnung was. Plan, scheiß. Wart schnell. Nein, du kaufst dir keinen Einer. Ich muss hier einen kaufen. Noch einmal, was man das macht. Oh Gott. Wo kauft man die Forschung, ne? Ich mache mal einen... Ne, mache ich nicht. Was, russischer Einerpanzer? Ja, das ist gut. So. So. Mal kurz auf dem Desktop. Alter Freund. Das müssen wir einmal machen. Nein, ich wollte noch Gefecht verlassen. Nein. Einmal müssen wir das einfach machen. Wenn ich wegen dir gebannt werde, dann kriege ich von dir 20 Euro. Scheiß. Doch. Nein. Was bin ich jetzt schuld? Ja, weil ich reportet werde. Ach du Scheiße, die killen sich sowieso. So. Alter. Das ist nicht mal ein Kratzer und hat das Teil aushalten. Alter. Ja, guck mal wie groß ich bin. Jetzt machen wir Unterwärter. Oh mein Gott. Hi Livio. Schreib rein Hallo. Hallo. Oder Hi. Schreib rein Hi. Äh, warte schnell. Tö. Tö. At. Is. For. Schreib schon rein. Das ist für YouTube. Das ist für YouTube. Das heißt, das ist für YouTube. Ohne Is. Egal. Das ist egal. Oh, ich hab keine Munition. Aber ich vergesse. Lol. Alter. Ich fahr eh nur 17 kmh. Echt? Ja. Alter. Schau mal, den jagt man so eh einen 100 und dich. Im Vergleich. Der ist sogar fast schneller wie ich, ne? Alter, das Teil wiegt sicher 100 Tonnen. Und du? Nicht mal eine Tonne. 2 Gramm. Der kommt nicht mal einen Berg hoch. Alter. Nicht einfach mit einem. Alter. Ey, bleib aber so lange wie im... Ey, geh dich verstecken. Geh auf den Hügel verstecken, dass dich niemand killt. Oh mein Gott. Wie schon. Weil wenn du dann letzter Überlebender bist. Geh hoch. Nein, ich versteck mich irgendwo da hinten. Nein, nein, geh irgendwo hier hoch. Da komm ich nicht hoch. Doch, probier's, probier's. Probier's. Aua. Oh, scheiße. Komm schon. Ei, 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 alter. Was sind denn das für Arties? Ich komm jetzt mit einer Panzer. Nein, nein, nein. Geh dich verstecken, falls wir sterben. Dann gehen alle auf mich mit einer Panzer. Ja und, scheiß drauf. Und ich kann nicht mal schießen. Scheiß drauf. Geh zurück und geh dort hoch, wo ich dir gesagt hab. Ja, ich versteck mich da beim Fluss unter der Mauer. Da kommt keine Sau hin. Ja, irgendwo wo niemand hinkommt. Nur du. In das kleinste kleine Eck. Eben, genau. Gut für einer Panzer. Hier so hinter nem Stein. Hier kann mich nicht meine Art hier richtig treffen. So. Dankeschön, Jagdpanzer. Das wär echt ein Fail, wenn ich als letzter... Boah. Alter. Oho. Lucky IS 7. Ja, das bin ich. Wieso? Alter, du hast nicht gesehen. Alter, da kommt ja jeder hin. Okay, wenn schon, denn schon irgendwo da nach hinten. Hier. Ach, bis ich da bin, bin ich platt. Nee, das schaffst du locker. Geh der Arti hinterher. Ganz nach hinten. Aber nicht ins Wasser, das Versauchte. Alter, 90 HP. Die Arti kann dich ja totrahmen. Ja, ach nee. Und der passiert nicht. Und die hat nicht mal Panzerung. Alter, hättest du jetzt ne Gunmark... Also, wenn auf einer Panzer ne Gunmark wäre. Huhu. Wenn das gehen würde. Versteck dich hinter der Arti. Komm vor. Versteck dich hinter der Arti. Achtung, Objekt kommt irgendwann mal von hinten. Geh, vor, 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 vor. Versteck dich hinter der Arti. Ich bin schon einfach hart, ne. Mit einer Panzer und Zehner gefecht. Alter, wenn die... Wenn du letzter überlebenden... Alter, was für Erfahrungen bekommst du dann? Da kannst du direkt ein Zehner erforschen. Ja. Ich schwör, ey. Versteck dich hinter der... Geh nach vorne, 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 vorne. Mehr, mehr. Stopp. Zurück. Stopp. So. Und jetzt direkt an die Mauer ran. An diesen kleinen Vorsprung da. Ja. Oh, ich schien. Rechts drehen. Mehr nach rechts. Zurück. 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 Rechts drehen. Ja. Weiter, weiter, weiter. Ganz rechts. Noch mehr rechts. Oh. Rechts. Ja. Nach vorne. Ja. So, dass du so mit dem alten Rand dagegen stehst. Falsche Seite. So. Oh, mit der anderen, mit der linken Seite an den, äh, die Fels, ähm, Teil da ran. Ja. So. Einfach ganz an den Fels ran. Alter, wie riesig die Ort im Gegensatz zu dir ist. Ah. Komm mir. Oh. Oh. Ja. Genau so einfach bei diesem Vorsprung. Da wo das Loch ist. Es ist mit einem Einerpanzer nicht so ganz einfach. Doch. Glaub mir. Es ist sehr einfach. Du kannst einfach links und rechts nicht unterscheiden. So, ist perfekt. Stopp. Mehr nach rechts, äh, links drin. Ja. Stopp. Du musst die Artillerie killen. Nee, ich scherz. Negativ. Alter, der E100 und die IS3 läuft da. Oh, abgeprallt. Batchett. Was ist das? Alter, du bist ja bald letzter übernimmter. Irgendwann mal. Ein Einerpanzer. I don't have ammo. Haha. Du bist ja bald letzter übernimmter irgendwann mal. Haha. Ich weiß schon den Titel. Einerpanzer in Zehnergefecht. Einfach hier rum stehe ich eigentlich auch. Oh. Broly. Warte noch kurz, wenn zwei. Drei. Egal. Oh, da hinten kommt noch einer mit neun Prozent. Oh. Die IS3. Oh, Object. Bleib da stehen. Perfekt. Bleib stehen. Er findet dich nicht. So, nix machen. Nicht bewegen. Null. Null bewegen. Nix. Die toten Kartoffeln. Okay. Sie. One. Er fährt weg. Er sieht dich nicht. Bleib einfach so wie du bist jetzt. Weil du bist mitten im Gebüsch. Er kann dich nicht sehen. Report MS. Wer ist MS? Du. Und ähm, die Arti hat gesagt, sie sollen dich reporten. Boah. Soll ich jetzt schreiben, your, äh, motto? Nein. Nicht immer rumfluchen. Das tut dem Herzen nicht gut. Oh. Hier müsste ich schon längst tot sein. Oh, ich schalte jetzt mal die TV an. Äh, da kommt jetzt die Toten Kartoffeln wieder. Oh, Object. Nein. Was denkst, findet der mich? Letzte MS1 Kill Arti. Er sieht dich. Er sieht dich. Oh, bam. Lol. Okay. Dann werde ich mal sagen, was ist das mit dem Let's Play von World of Tanks? Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lass uns ein Abo und ein Like da. Probiert es auch mal aus. Jo, da werde ich mal sagen, tschö, bis zur nächsten Folge von World of Tanks. Tschüss. Tschüss.